Das Zollernalp-Klinikum geht neue Wege in der Chirurgie. Denn der künftige Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie ist eigentlich am UKT in Tübingen angestellt. Andrei Mihaljevic wird mindestens einmal pro Woche nach Balingen kommen. Vertreten wird er dort vom leitenden Oberarzt Jonas Johanik, der zu diesem Zweck ganz von Tübingen nach Balingen wechselt. Das sind die beiden Neuen in Balingen. Sichtlich gut gelaunt präsentierten sie sich vor dem Eingang des Zollernalp-Klinikums. Zuvor hatten sie auf einer Pressekonferenz erklärt, wie die Kooperation aussehen soll und vor allem, was auf die Patienten zukommt. Für die Patienten würde das bedeuten, unabhängig davon, ob sie in Alpstadt in die Klinik kommen oder in Tübingen oder in Balingen, unabhängig davon kriegen sie hoffentlich die optimale chirurgische Versorgung. Und wir würden uns so gemeinsam als Team absprechen, dass die Patienten jeweils dort ihre Chirurgie und ihre Behandlung bekommen, wo das indiziert ist und notwendig ist. Heißt also, es kann sein, dass ein Patient Teile seiner Behandlung in Tübingen und andere Teile in Alpstadt oder Balingen bekommt. Während André Mihaljevic einmal pro Woche nach Balingen kommt, ist sein Stellvertreter Jonas Johanik immer dort. Der Austausch zwischen UKT und Zollernalp-Klinikum laufe über gemeinsame Besprechungen, aber auch direkte Telefonate. Da ist der große Vorteil, dass wir zwar zwei Teams sind, aber zusammengehören und dann wir auch immer direkt auf die entsprechenden richtigen Ansprechpartner zurückgreifen können. Ein Grund für die Zusammenarbeit mit Tübingen sei Zukunftsentwicklung, sagt der Vorsitzende Geschäftsführer Gerhard Hinger. Es gehe darum, die angemessenen Antworten auf die Veränderungen im Gesundheitswesen zu finden. Wir haben ja schon immer in Versorgungsstufen gedacht. Wir sind Grund- und Regelversorger, wir haben die Universitäre Medizin vor dem Haus und wenn wir nun breites verbinden können, dann entsteht dadurch ein Mehrwert für die Patienten, eben auch bessere Zugänglichkeit zur Universitärer Medizin, aber auch wohnortnahe Versorgung weiterhin bei uns im Zollernalp-Klinikum. Losgehen soll das Ganze am 1. Oktober, dann treten André Mihaljevic und Jonas Johannink ihren Dienst an.